Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 17. Juni 2022. Ihr hört Geek Talk Daily 1211 und nach einem Tag Feiertag, also ohne Geek Talk Daily, geht es heute wieder weiter mit den Themen WhatsApp, Spotify, Honor, Summer Camp, Qualcomm, MLS und Samsung Wallet. Wir starten gleich mal mit WhatsApp. Diesem Messenger-Dienst aus dem Hause Facebook, Schrägstrich Meta, hat es jetzt endlich geschafft, nachdem es seit einem Jahr von iOS auf Android geht, jetzt auch von Android auf iOS. Um was geht es genau? Genau, um die Chats, die ihr von einem Gerät auf das andere transferieren könnt. Wenn ihr also umsteigend tätet von dem einen Smartphone auf das andere, dann könnt ihr jetzt die Chats auch transferieren. Dafür sind aber viele Dinge nötig, unter anderem eine grundlegende Android-Mindestanforderung. Das gleiche ist bei iOS. Dann gibt es Grundanforderungen an die verwendeten WhatsApp-Versionen. Und wenn ihr all diese Grundlagen, wie sagt man so schön, beherzigt, dann gibt es den Weg, darüber zu gehen, was ein kleiner Elf-Schritte-Plan ist. Wie das genau funktioniert, auf daily.kiktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens, haben wir das für euch zusammengefasst. Spotify übernimmt Sonantik. Wer nicht wirklich was damit anfangen kann, Sonantik ist die Firma, die unter anderem dem Van Kilmers Stimme in Top Gun emuliert hat. Der Hintergrund der Schauspieler leidet am Killkopfkrebs und konnte deshalb wegen nicht richtig sprechen. Und da hat man eben die Software, das ist eine KI-Expertisen-Software, genutzt, um den geschriebenen Text in gesprochene Worte umzuwandeln, so dass es einigermassen toll klingt, menschlich klingt und nicht wie ein Roboter, wie man das sonst von Sachen her kennt. Warum Spotify sich das gekauft hat, da hat man nichts dazu gesagt. Wir werden vielleicht irgendwann schlauer. Bei Honor, ihr mögt euch vielleicht erinnern, die ehemalige Untermarke von Huawei, die günstigere Marke von Huawei, welche ausgegliedert wurde, um mehr Erfolg gegen die amerikanische Schröpfung zu haben, die enttäuschen aktuell ihr neustes Smartphone. Sie haben nämlich gesagt, um gegen iPhone und andere grosse Smartphones Bestand zu halten, kann man nicht mit nur günstigen Geräten angehen, man muss teurere Geräte raushauen. Das Honor Magic 4 Pro kostet ganze 1.099 Währungseinheiten, soviel zumindest der UVB-Preis. Mal schauen, wie lange das das standhält. Und da kommt was Unschönes mit rein, denn wenn man schon mit einem iPhone und einem Samsung in der höheren Preisklasse Schritt halten möchte, dann braucht es etwas und das sind nämlich Updates. Und nicht nur für ein, zwei Jahre. Ja, zwei Jahre mehr bietet Honor nicht und das ist natürlich unschön, vor allem wenn man bedenkt, dass man für knapp 50 Währungseinheiten ein iPhone 13 Pro, das grosse Modell, bekommt. Und nicht, ja, aber eben, da gibt es jahrelang Updates. Mal schauen, ob es das nächste Mal klappt mit der nächsten Runde. Lime, der E-Scooter-Verleiher, welcher auch E-Bikes hat im Angebot, der hat das Angebot ausgeweitet und zwar auf ein E-Motorrad. Und das hört auf den Namen Citra. Leider tesse man das aktuell nur in schönen und warmen Kalifornien, genauer gesagt am Long Beach. Ah, schön, da möchte ich jetzt auch sein, irgendwie. Aber, ja, bei uns ist es anders. Gut, warm ist es zurzeit auch, aber nicht das ganze Jahr durch. Mal schauen, wie das wird, wenn das Ganze durchkommt und ob es auch in die Schweiz kommen wird. Weitere Details dazu findet ihr auch verlinkt für euch zum Nachlesen in den Shownotes oder auf deli.diktok.ch. Eltern, die Kinder zwischen 8 und 12 Jahren haben, Apple-orientiert sind und gerne auf Austausch gehen, die sollten sich, sofern sie dann möchten, mal auf apple.com slash applecamp anschauen. Da könnt ihr euch aktuell anmelden, also euch und das Kind oder die Kinder, für eben diese Apple Summer Camps. Aktuell finden die wöchentlich statt. Es gibt auch ein digitales Malbuch. Wer mag also unbedingt reinklicken und sich anmelden. Dann gibt es eine richtig heftige Schlappe gegen die EU-Kommission. Was ist passiert? Man hat vor mehreren Jahren, ich glaube 2018 muss es so etwa rum gewesen sein, Qualcomm eine Milliarden-Euro-Strafe aufgebrummt. Genauer gesagt sind es in Anführungszeichen nur 997 Millionen Euro. Qualcomm hat sich dagegen gewehrt und hat jetzt Recht bekommen. Und was ging es damals? Damals ging es darum, dass anscheinend, also die EU klagt Qualcomm an, dass sie Apple grosse Beträge an Geld zugeschussert haben, damit sie exklusiv LTE-Modems von Qualcomm einsetzen und nicht auf solche von Intel zurückgreifen, welche nach der ganzen Geschichte bankrock gegangen ist, also das Modem-Geschäft, und welches Apple damals aufgekauft hat. Das sind natürlich böse Vorwürfe. Anscheinend konnte Qualcomm das Ganze entkräftigen und muss jetzt nicht bezahlen. Ob die EU noch weitergeht und oder wie es mit den nächsten Geschichten ausgeht, das nächste ist gegen Google, da hat man ja auch noch einen Rückstreit, die müssen ganze 4,34 Milliarden zahlen, weil sie mit Android, dem Betriebssystem, Vorteile vorausziehen. Wir werden sehen, ob es da nochmals eine Schlappe gibt und was das dann für Auswirkungen auf zum Beispiel aktuelle Geschichten, die Richtung Apple, die Richtung Facebook, die Richtung alles andere gehen. Ja, wir werden es sehen. Später ist man immer schlauer. Dann kommen wir zu MLS. Nee, das ist keine Krankheit, das ist Fussball. Und zwar die Major League Cup, glaube ich, heisst das irgendwie, wie das amerikanische Fussball, die höchste, die Major League, halt eben die höchste Liga. Ihr wisst, ich kenne mich nicht aus im Fussball. Und die hat sich jetzt nun Apple gesichert. Das Ganze wird in Zukunft über Apple TV Plus ausgestrahlt. Was für Abos und für Möglichkeiten da dahinter sind, da hat man noch nichts dazu gesagt. Was klar ist, Apple hat 2,5 Milliarden Dollar ausgegeben, um sich die Spiele für die nächsten 10 Jahre zu sichern. Da bin ich mal gespannt, was Apple noch mehr in der Richtung tut. Apple geht ja recht stark in Richtung Sportübertragungen, Sportergebnisse etc. in den USA vor. Mal schauen, wie es weitergeht. Und zu guter Letzt gibt es eine neue App für Samsung Smartphones. Ich weiss nicht, ich habe leider noch keine Rückmeldung von Samsung, ob das auch in der Schweiz soweit ist und oder kommt, oder jetzt schon kommt, so muss ich sagen, die neue App hört auf den Namen Samsung Wallet. Und was ist das Ganze? Ja, das ist das Gleiche, wie man bei Apple schon kennt, die Wallet halt. Die App vereint den Samsung Pay oder die Samsung Pay App und die Samsung Pass App. In der Pass App hat man eben Passes, also Flugzeugtickets etc. verwaltet. In der Samsung Pay App hat man die Kreditkarten verwaltet, für Samsung Pay zu nutzen etc. Und das Ganze kommt jetzt zusammen. Später sollen da noch mehr Dinge reinkommen, wie auch hier lässt Apple grüssen. Nicht nur eben Bordkarten, sondern auch digitale Schlüssel für Autos, für Häuser, Hotelzimmer und alles Mögliche drum und dran. Dürfen wir mal sehr gespannt sein, ob und wann das zu uns in die Schweiz kommt. Zumindest auf meinen drei Samsung Mobiles habe ich es noch nicht gesehen. Ich hoffe bald. In diesem Sinne, das war es mit den heutigen Themen. Die Woche ist auch schon wieder rum. Euch ein schönes und erfolgreiches Wochenende. Geniesst es, wenn ihr frei habt. Geniesst es, wenn ihr arbeiten dürft. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.